Die Offline-Lüge, warum du als Coach komplett remote gehen kannst, auch wenn du es bis jetzt nicht glaubst. Gerade während dieser Corona-Zeit, jetzt haben wir so viele Leute erlebt, die immer gesagt haben vorher, das geht nicht, ich muss immer eins zu eins arbeiten, ich kann nicht online arbeiten, meine Kunden wollen das nicht und so weiter und so fort. 100.000 Argumente gegen die eigene Freiheit. Und in diesem Video möchte ich mit dir darüber sprechen, wie es eben doch ganz leicht für dich zu verwirklichen ist. Übrigens, wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere gerne diesen Kanal und aktiviere diese kleine Glocke, dann bekommst du immer eine Benachrichtigung, wenn es wieder ein neues Video gibt. Und ja, kannst dann alle schauen und verpasst keins. Immer wieder in dieser Zeit, bevor diese Corona-Zeit war, haben wir das gehört, dass Leute gesagt haben, nee, bei mir geht es nicht, also ich kann nichts machen in Gruppen, ich muss eins zu eins arbeiten. Und wenn du remote gehen willst und wenn du dich nicht limitieren willst, ist es halt auch wichtig, dass du eben nicht dauernd nur eins zu eins arbeitest, es sei denn, du hast halt extremst hohe Preise. Aber wenn du im normalen Preisrahmen bist, dann macht es ja Sinn, dich nicht nach oben zu limitieren. Und wir haben es immer wieder erlebt, dass Leute sagen, nein, bei mir geht es nicht und meine Kunden wollen es nicht und so weiter. Es gibt tausend Argumente. Und ich sage dir, es geht doch. Wir haben inzwischen die Erfahrung mit so vielen Themenbereichen, mit so vielen Zielgruppen bei Kunden von uns, wo es die Leute auch am Anfang gedacht haben, dass es nicht funktioniert, aber es schenkt dir halt so sehr viel mehr Freiheit. Wir können heute von jedem Platz der Welt ausarbeiten, wo wir Internet haben. Wir sind vom Verdienst her nicht mehr limitiert. Das heißt also, wir können 100.000 im Monat und mehr machen. Und das geht natürlich nicht, wenn du ausschließlich im Eins zu Eins arbeitest oder wahrscheinlich nicht. Und von daher möchte ich dich einfach ermutigen, dass du mit kleinen Gruppen zusammenarbeitest. Du kannst auch halb und halb machen, dass du manche Themen mit Gruppen erarbeitest und dann immer ein kleines bisschen noch was im Einzelnen machst oder das auch auslagerst an Mitarbeiter und so weiter. Es gibt da tausende von Möglichkeiten. Aber öffne dich doch überhaupt erstmal für die Idee, generell zu sagen, es geht. Weil du wirst eine andere Kreativität entwickeln, wie es gehen kann, in dem Moment, wo du überhaupt erstmal nicht dauernd sagst, nein, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ja, sondern wo du dich einfach mal dafür öffnest für den Gedanken und es zulässt. Und wenn du das gerne individuell begleitet haben möchtest, weil du sicher gehen willst, dass da nichts schiefläuft, lade ich dich ein, dass du zu uns ins Coaching kommst. Wir haben ein Programm, das Goldprogramm bei uns, wo wir so dicht mit dir zusammenarbeiten, dass du das lernst. Ja, ist auch eine Gruppenbegleitung, aber du lernst es eben trotzdem sehr, sehr gut. Und du hast selber extrem viel Freiheit in dem Programm. Und es ist trotzdem sehr, sehr dicht. Also da kannst du auch schon mal eine erste Anregung bekommen, wie man sowas konkret umsetzen kann. Und deine Kunden können trotzdem ihre Erfolge und ihre Ziele erreichen. Danke fürs Zuhören bis hierher. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.